Hallöchen und willkommen zum dritten Part von dieser Scheiß-Episode. Lalalala. Wo ist dieses Scheiß-Mongo-Skelett? Bin ich denn echt... Ich fäll' wahnsinnig. Ich fäll' gerade sowas von wahnsinnig. Alter. Ja, meine Spitzhacke geht kaputt. Ja. Muss ich sowieso hoch. Mann, ich hab' auch keine Waffen. So. Ähm. Ja. So, zack. Das müsste ne Beile reichen. Ey, meine Kohle geht schon aus. Seht ihr das? Meine Kohle geht aus. Fuck, alter. Ey, das kann's echt nicht angehen. Fuck, alter. Meine Kohle. Meine arme Kohle geht aus. Warum mach ich mir gleich acht Schwerter? Naja, egal. Genug Stöckchen hab' ich ja. So war's zum Futtern. Wenigstens ist das farbig. Äh. Mann. Also bei, also bei der letzten Episode, da hatte ich wesentlich mehr Glück. Na gut. Was heißt Glück? Ich hab' wesentlich leichter überlebt. Und jetzt bin ich schon am Rumquengeln, wenn ich mich runterbuttel. So, da die Torsches. Die Fackeln. Ah. Da geht's nicht runter, oder? Ah. Ah. Es ist. Ah. 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 Das ist nicht dein Ernst. Ah. Alter. Ich dachte schon. Es sei um mich geschehen. Ich muss jedes Mal nachprüfen. Das ist Kohle. Ja. Zum Glück kann man das ein bisschen erkennen. Scheiße. Da sind voll Skelette unten. Alter. Hier muss ich mit Fackeln ganz besonders gut arbeiten. Und was ist da? Gar nichts. Ich bin der Marsch. Ich bin sowas von der Marsch. Wenigstens krieg ich jetzt Kohle. Yay, Kohle. Fuck, Alter. Ey, das kannst du nicht bringen. Was ist das hier für ein Scheiß? Was? Oh, ich dachte schon. Weil ich hier so wenig sehe. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Kohle. Kohle. Ich gebe dir Kohle. Scheiße. Ich kann echt nichts sehen. Nein, das wird zu hart für mich. Das wird viel zu hart für mich. Das ist jetzt schon. Jetzt kann ich wenigstens was sehen. Nein, nein, nein. Sorry. Das ist einfach zu übertrieben. Es ist sowieso schon schlimm genug. Was sagt denn eigentlich draußen? Die Uhrzeit. Ist jetzt wieder Tag? Ja, scheint wieder Tag zu sein. Ja, viel besser. Gehst du auf oder? Ja, du gehst auf. Oh, Mann. Nee, Leute. Das wird irgendwann mal kommen, dass ich das mal ganz dunkel schalte. Aber jetzt nicht. Nee, das ist schon schlimm genug. Auf welche Helligkeit habe ich es denn jetzt? 50. Gibt euch zufrieden. Kommt rum, ist. Ich habe zwar ein fucking schwer, aber es wird mir nicht viel helfen, wenn ein Creeper sich von hinten anschleicht. Ah ja, das kann ich ja auch verändern. Ähm, bei... Das da vorne ist auf jeden Fall Lava. Das sieht so hell aus. Das sieht so eigenartig aus. Oder ist das Sand? Ich hoffe, ich finde den Weg wieder. Mal hier halt so ein kleines Türbchen. Ich möchte wissen, was das da vorne ist. Hilfe! Ich habe aber keinen Knochen. Oh, Mann. Hör auf zu lachen! Minecraft. Minecraft! Alter! Was? Ah! Ah, weg 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 weg. revけ atual ist gold. Aab 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 view Mann, das kann so echt nicht sein. Alter, der hat mir den Schrecken angejagt. Ich, ich hasse, ich hasse dieses Spiel gerade. Mann, warum muss da so die Quiefer-Fotze kommen? Und dann spackt dieses Game auch noch ab. Mann, ist das ein Scheiß. Der hat bestimmt schon das Bauen, oder? Ich hoffe. Ich hoffe es einfach nur. Wo war das nochmal? Ich weiß es nicht. Ey, ich hab Herzrasen gekriegt. Ich hab sowas von... Ich hab sowas von Herzrasen gekriegt. Mich kann ich nicht gebrauchen. Ich brauch Fleisch. Und Holz. Ich hab zwar wieder 8 Kohle noch dazu gekriegt, aber... Darauf will ich mich nicht verlassen. Wann ist das eine Scheißstelle, die ich mir da ausgesucht habe? Alter, hör auf zu lacken! Junge, du machst mich sowas von nervös. Mit diesem Scheißgelack, ey. Leck mir doch die Eier, Junge. Ey, wenn das Spiel laggt... Ey, wenn das Spiel laggt... Sag mal, wie weit ist das eigentlich jetzt? Video-Settings. Wo war das nochmal? Wie? Wo war das nochmal? Wo konnte man das einstellen? Wie weit man sehen kann. Es gab... Ah, Video... Hä? Wo ist die Scheiße? Video-Settings. Ja, leck mich! Oder ist es damit gemeint? Hä? Die Sicht konnte man doch irgendwie einstellen. Das Spiel will mich jetzt erarschen. Hab gut, so derbe weit kann ich jetzt nicht schauen. Ich bin... Alter, wie spät? Okay. Soll ich mich beeilen? Aber bitte, bitte, Spiel. Hör auf, rumzulecken. Wie ein Asslager. Super gemacht. Toll. Bin stolz auf dich. Ach, komm. Und gleich regeneriert er sich nicht mehr. Ja, jetzt... Ab jetzt regeneriert er sich nicht mehr. Ich will volle... Leben. Baue ich hier halt ein kleines Brückchen. Na, 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 ist das schön. Och, Mensch, Spiel. Das ist doch nicht lustig. Und im Hardcore-Modus erst recht nicht. Zudem, das irritiert mich zusätzlich, dass diese Viecher die gleiche Farbe haben wie alles hier. Also, das wird nochmal ein größerer Spaß, wenn alles in grün ist. Halte ich alles für einen Kieper. Da sind Schafe. So, ich baue da einfach was. Wo ist der Wolf hin? Und ich hatte schon Sorge, dass der mich anfällt, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Ach, lustig, Spiel. Danke, dass du mir deinen Arsch zeigst. Ach, doch auf, Junge. Ah, da baue ich halt mit Holz weiter. Geht auch zur Not. Ich habe ja genug. Hallo. Was ist das denn? Spiel, hör auf, mich zu verarschen. Danke, dass du auch mal stirbst. Wo ist dein Drop? Gut, ich kriege gar nichts. Sag mal, was ist mit diesem Scheiß-Spiel denn jetzt los? Alter. Ja, endlich. Das nur für eine Wolle. Leck mir doch die Hoden. Also irgendwo hört es doch auf. Ich will mir doch nur ein Scheiß-Bettchen machen. Fuck, ich muss mich auch noch beeilen. Ich merke nämlich so langsam, dass es schon wieder dunkel wird. Okay, da unten ist schon wieder die Töne. Alter, meine Güte. Ich muss gleich mal schauen, was eigentlich los ist. Boah, ey. Ist das ein Scheiß? Da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ist das ein Kack? Ich lutsch mir ein. Ich lutsch mir ein. Ja, wenn ich hinkäme. Oh Mann, ist das ein Scheiß. Ja, da drüben ist diese lustige Sonne. Und jetzt wird es dunkel. Oh, ist das ein Spaß. Oh Gott. Für was der ganze Scheiß? Vier Wolle auf einmal. Kannst du mir getörig die Eier lecken? Machen wir jetzt erstmal ein Bettchen, dass ich die scheißen Acht überspringen kann. Super. Ich mache mir lieber ein paar Fackeln. Wir sind schon wieder... Was mache ich denn hier überhaupt? Ich bin so am Ende mit meinen Nerven. Sack. Du Sack. Mal sehen, wie schlimm es jetzt noch wird. Wahrscheinlich schlimm genug, dass ich sowieso nichts sehen kann. Aber wenigstens hat die Fackel jetzt ein bisschen mehr Reichweite. Immer noch schlimm genug. Alles immer noch stockfinster. Ist das ein Kack? Ist das ein Kack? La 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 la. Ich wollte mir ne Kiste machen, aber ich bin ja so blöd. Wollte schon sagen, geht das überhaupt? So. Betty kommt da rein. Genauso wie der Scheiß, den ich nicht brauchen kann. Kann man ja... Nein, ich brauche... Geht das auch so? Ich weiß es nicht. Ich kann mir auf jeden Fall ein paar Holzschalen machen. Ach stimmt, ich brauche ja ganze Blöcke dazu. Oh. Ich bin ein lustiges Spiel. Ich brauche ganze 3 Kubikmeter, um vier kleine Schalen zu basteln. Könnte man das so machen? Stimmt. Ich brauche denn noch die anderen Pilze, oder? Ah, das ist das Einzige, was ich nicht in meinen Kopf gekriegt habe bisher. Wie man so in der Holzsuppe bastelt. In der Holzsuppe, so eine Pilzsuppe. Okay, ich werde mich erstmal an die Höhle ganz vorsichtig rantasten. Ab jetzt würde ich gar nichts mehr sehen, wenn ich die Einstellung nicht geändert hätte. Dann fängt es auch schon an. Leck mir die Eier. Leck mir die Eier. La 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 la. Papa, 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 papa. Was mache ich denn hier? So. Ich wollte schon sagen, ist da eine Höhle. Oh ja. Du bist echt eine geile Höhle, weißt du das? Obertoll. Geil. Datei-Beschirr ist aber voll, ey, Junge. Was ist das hier für eine Höhle? Beziehungsweise Hölle. Was hat sie denn da überhaupt? Das ist, glaube ich, Eisen, oder? Oder sieht das bloß so aus? Könnte Eisen sein. Ah. Alter. Fick dich, du scheiß Fledermaus. Ganz ehrlich. Hör auf, mich zu erschrecken. So. Zack. Oh, Mann. Gerade mal eine Stunde. Geschafft. Irgendwie werden die letzten Live-Episoden immer länger. Vielleicht entwickle ich ja auch irgendwas wie Skills. Was ist da? Was ist da? Ist da was vorne? Echt jetzt? Habe ich was angebohrt? Ich habe die Höhle angebohrt, oder? Nein. Seht ihr? Die Blöcke habe ich nicht sehen können. Machen wir hier ein paar Räubchen rein. Auch schön zum Haus gehört. Oh, ich bin so am Ende mit meinen Nerven. Und ich bin so froh, wenn ich die Aufnahme beende. Habe. Und dann schaue ich aber auch erstmal, was eigentlich mit meinem PC gerade los ist. Weil, wenn der schon so rumspackt. Und ich habe ihn frisch bekommen wieder. Ich habe ihn frisch vom PC-Doktor zurückgekriegt. Und schon spackt er wieder rum. Ey, das kann es echt nicht angehen. Es kann es echt nicht angehen, dass er jedes halbe Jahr den Geist aufgeben muss. Ah, super. Perfekt gemacht, Serax. Es reicht, dass eine Spinne reinkommt. Ich möchte keine Spinnen hier haben. Da, da, da. Oh Gott. Was ist denn hier los? Ey, Mann. Was ist denn das eigentlich für eine Scheiße? Meine Güte. Zudem, ich traue mich gar nicht, in die Höhle reinzugehen. Weil ich einfach so Schiss habe. Dabei hat sich bloß ein bisschen was an der Beleuchtung geändert. Beziehungsweise an der Sicht und so. Und dass die Gegner jetzt halt die gleiche Farbe haben wie das ganze andere Zeug. das ist Eisen, oder? Nein. Mann, ihr Scheiß-Leder-Masse. Hör da rauf. Oh Gott, Alter. Alter. Du Schwanz. Alter, ich habe einen halben Herzinfarkt gekriegt, als diese Scheiß-Leder-Maus hier reinfliegen musste. Das sind ja keine Gegner. Das sind ja keine Gegner. Oh, bitte nicht schon wieder. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt gut genug beleuchtet ist. Da geht die Höhle ja auch noch weiter. Ich höre Wasser. Und mir reicht's jetzt schon. Da vorne ist die Höhle wieder, oder? Ja. Verfickte Scheiße. Gott, du blöde Fledermaus. Erschreck mich doch nicht so. Meine Güte. Ich weiß gar nicht mal, ob das reicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich reicht. Das ist jetzt da irgendwo da unten. Naja, dann verabschiede ich mich auch so langsam. Ah. Dann bis zum nächsten Mal, oder so. Ciao, ciao, und auf Wiedersehen. Alter, leck mir die Eier.